Und willkommen zurück zu WoW. Das neue Mikro ist jetzt, ja hier benutze ich gerade das neue Mikro und Wie ihr hört funktioniert ist jetzt. Ich hatte einen kleinen Fail. Ich habe das Mikro falsch rum in die falsche Seite reingesprochen und guck mal mein niedlicher Körbis Guck mal da ist einfach nur der Körbis. Guck mal was passiert. Wenn ich jetzt mit, wenn ich jetzt laufe, dann passiert das hier Will der Körbis kommen? Meinerweise, jetzt kommt da Mein Körbis ist niedlich, wer was dagegen sagt muss sterben Na ja, wir waren ja jetzt hier in diesem gebiet Und müssen hier einfach mal alles und jeden töten der uns begegnet und das tun wir jetzt auch Weil wir eh nix anderes hier zu tun haben Ja, was habe ich mir mal überlegt Ja, das ist der Kampflok Kann ich nix für Dafür kann ich auch nichts, dass das Telefon klingelt. Das finde ich irgendwie voll fair gerade Hört ihr das? du 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 picture du 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 oh, es hat aufgehört Du tatschen, ich muss drangehen Mann, Mann, Mann Ich hab mal irgendwas überlegt, ich habe auch vergessen was Ah ja, ob ich vielleicht die Nachtelfe hier irgendwann mal umwandle zu einem Hordler oder einem anderen Ali-Rasse oder Nachtelfe bleibe. Ne, ich glaube, ich bleibe Nachtelf und ich mache meinen Tauchenparler zur Blutelfparler, die eine Tante. Weibliche Blutelfe, ist ja klar. Männliche Blutelfen sind eindeutig schwul. Oder zum Ali, Mensch. Weiß ich nicht. Irgendwie alles verlockend hier, ne? Egal. Warum sind hier überall Untote? Äh, Dämonen, sorry. Ja, geht kaputt, ey. Verdammnis, Wachenzerstörer. Muss ich auch noch töten? Und irgendwelche drei Teufels... Was? Teufelsspuren, Sumpf, Lord. Wo finde ich denn den Müll? Was ist denn da unten? Das sind wieder die normalen Liebenbäume. Hier oben sind alles Dämonen. Ah ja. Ah, ich hasse Dämonen. Ich mag sie einfach nicht. Die sind mir unsympathisch. Lalalala. Und wie ist das neue Mikro? Ich hoffe gut. Ich mag es. Auf jeden Fall unterschied zum alten, denke ich. Heilung. Kamehameha. Wofür nicht die Teufelsumpf? Flott-Typen. Ja. Hä? Du mal weg. Bam. Vielleicht da drinnen? Ob wir richtig sind, sehen wir, wie das Licht angeht. Ich glaube nicht. Ja, den tötet ihr auch so. Dann nehme ich die Punkte einfach mit. Ich kann hier noch Süßigkeiten essen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Was ist denn hier? Mal Wurmdorn. Hier sind auch diese Schreckensschänder. Habe ich doch schon welche getötet? Ach, egal. Schreckensschänder hätten wir schon mal alle. Noch den Rest umbringen hier. Fangen wir mal hier mit an. So, was fehlt denn das? So, diese bösen Bäume? Diese böse Bäume? Ah, da ist ein Bissebaum. Los, Portadish. Jetzt frage ich mich. Wo finde ich diese blöden Teufelsspuren-Sumpf-Lorte-Typen? Ich habe noch keinen einzigsten von gesehen. Davon muss ich drei Stück töten. So, die. Die sollen da hinten irgendwo sein. Ah. Schön zu wissen. Gehen wir mal in das Gebiet hier rein. Wo die sein sollen. Hier. Gehen wir hier mal runter. Gucken. Ich sehe hier aber nirgends ein. Hallo? Das gibt es doch nicht. Es wird euch nicht überraschen, dass die meisten Einwohner blablabla bat. Er hat sich wohl geirrt. Er ließ einen Wald wachsen. Aber... Irgendwo so einen großen Baum. Er hat verwachsen und knorrig. Trotzdem... Teufelsspuren-Sumpf-Lort getötet. Sind wir irgendwie unterirdisch oder so? Bam, bam, bam. Vielleicht da hinten bei den Pilzen. Da sind Sicher-Spuren. Wenn ihr versteht. Hallo? Oh, ein Schraubenblatt. Ah, da sind sie ja. Ich dachte schon hier. Was ist hier los? Hier sind drei Stück hier von Töten. Einfach gut ist. Außerhalb des Gebietes angezeigt sind die hier. Das ist doch... Jawohl, dass ich sie nicht gefunden habe. Essences-Lebel. So. Oh, 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 bam. Und da sind sie down. Und dann gehen wir jetzt die Quest abgeben. Morgen kommt wahrscheinlich ein etwas längerer Bio-Web-Part. Mal sehen, wie ich das schaffe, heute aufzunehmen. Über die Nacht werde ich in Rändern und morgen dann hochladen, während ich, glaube ich, denke ich mal weg bin. Aber ich weiß es nicht. Warum bin ich einmal kurz weg? Ja, es ist draußen. Ich bin einmal kurz weg. Oh mein Gott. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen, einfach schwimmen. Wir laufen geradeaus. Wir laufen geradeaus. Guck mal, da ist der Nikolaus. Und der frisst gerade eine Laus. Warum singe ich so ein Möld? Kinder finde ich nicht so toll. Lalalalala. Nein, das ist so ein Lied, das ist fail. So. Da sind wir auch schon angekommen hier. 500 Quests abgeschlossen. Quests in den verwüsteten Landen bekommen. Bleibt euch bei der, bei der szenarischen, äh, blöden Kacke hier vorne. Tötet die besudelten Schwarzbeeren. Okay. Kann ich noch einen Erfolg hier bekommen in den verwüsteten Landen nehmen? Sie haben alle Quiz hier gemacht, können sich jetzt einen Keks freuen und haben einen dicken Penis. Können wir noch hier den Erfolg bekommen, dass wir die verwüsteten Lande erkundet haben. Aber den bekommen wir noch nicht. Und das heißt, wir sehen uns jetzt sowieso erst im nächsten Part wieder. Und das heißt, auf Wiedersehen. Ja. Cool, oder? Digger. Alles nur für den blöden Mann hier, der immer sagt. Sag mal Digger für den Hinternpott, ey. Digger, 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 Digger.